Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich bin heute mit euch hier rausgegangen. Also ihr seht, mein Pappkarton Küche ist heute weg. Hier ist offene Weide. Ich wollte euch mal zeigen, wie der Bärlauch in seinem natürlichen Vorkommen sich bewegt und wie er wächst. Ihr seht hier, das ist so eine Bärlauchmonokultur unter einem Buchenhallenbestand, sagt der Förster. Hier wächst er total saftig und so wie er ist, kann man auch essen. Der ist jetzt hier vom Regen freundlicherweise gewaschen worden und es gibt oft so, ja, kannst du mit Maiklöckchen und so weiter und sofort verwechseln, aber du riechst es sofort, du schmeckst die Schärfe, es sind keine Maiklöckchen. Ich wollte heute mit euch diese frischen Blätter in ein Bärlauchpesto verwandeln und zwar ein veganes Bärlauchpesto ohne Käse, ohne Pecorino, ohne Parmesan, so wie es viele Rezepte vorsehen, sondern ich nehme statt Pinienkerne, nehme ich Cashewnüsse und gebe dann Hefeflocken ran. Und da man zum Beispiel eben genau diese Mischung Casheokerne und Hefeflocken oft in veganen Gerichten als Käseersatz nehmen kann, zum Beispiel auch zum Pizza überbacken oder sowas, mache ich das mit meinem Pesto auch so. Das heißt, diese geile Mischung aus Hefe und Kechugern ergibt dann diesen feinen, käsigen, parmesanähnlichen Geschmack. Jo Leute und jetzt wieder willkommen hier bei mir in der Besenküche. Ich habe jetzt hier einen Haufen Sachen vorbereitet. Und hier ist unser Bärlauch vorne noch im Wald, heute jetzt hier trocken und geschleudert. Dann habe ich hier geröstete Cashews. Die lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen, weil oft ist es mir schon so gegangen, dass ich die Cashews frisch geröstet habe. Und dann habe ich die in die, man glaubt es, doch nicht sehr zarten Bärlauchblätter. Die sind erstmal, wenn man reinbeißt. Jetzt hat man irgendwie was zu beißen, aber sobald die mit Temperatur in Berührung kommen, also warmen Cashewkern, ist es vorbei. Dann verlieren die ihren Kripp, werden matschig, gammeln dann auch schneller. Also das sind im Prinzip unsere Zutaten. Das ist jetzt gar kein großes Hexenwerk. Wir haben gutes Göttinger Salinsalz. Wir haben ein leckeres Olivenöl und ein bisschen Pfeffer. Also, als allererstes müssen wir jetzt mal den Bärlauch noch ein bisschen klein häckseln, dann püriere ich den. Fehler, den man oft auch gerne macht, ist, das Salz zum Beispiel beim Bärlauch in der großen Schüssel schon vorher reinzumachen, also gleich zu Anfang reinzumachen. Was zu echt versalzenem Bärlauchpesto führen kann, dass die Menschen nur noch aus Höflichkeit essen. Und man es aber dann trotzdem nicht wegschmeißt, sondern man kann es dann immer so esslöffelweise auch an andere Soßen mit ranmachen. Also, wenn man aber reines Bärlauchpesto will, dann sollte man mit Salz ganz zum Schluss abschmecken. Und es gibt auch immer ganz unterschiedliche Bärlauchpestos. Es gibt auch welche, die heißen Bärlauchpesto. Das ist im Prinzip Bärlauchblätter mit Öl aufgegossen. Hatten wir auch schon aus Höflichkeit am Schulbazar gekauft. Ich glaube, das hat dann noch nicht mal mehr Verwendung für Soßen gefunden. Ich bin aber ein Freund des gut gewürzten Bärlauchpestos. Es ist mir immer ein großes Anliegen, besser zu sein als all das Zeug, was im Bioladen im Regal stehen. Mein Motto an der Stelle, Bio darf auch lecker sein. Besser als im heimischen Wald gepflückt kannst du Bio nicht haben. Ich fange mal an, den Bärlauch klein zu schnippeln. Dafür habe ich hier mir einen japanischen Dolch vorbereitet. Ich mache das deshalb schon mal klein, damit der Passierstab dann nicht so viel zu tun hat. Viele Menschen kaufen ja Bio oder eben nicht Bio deshalb, weil sie denken, nö, andere Lebensmittel sind ja auch gute Lebensmittel. Das ist im Prinzip Bio von der Seite betrachtet, was es für mich persönlich bedeutet, was ich in mich selber rein tue. Was dabei oft außer Acht gelassen wird und meines Erachtens auch zu wenig kommuniziert, ist, dass Bio am Ende auch bedeutet, wo kommt es her, wie wird es hergestellt, wie werden Pflanzen, Tiere, Boden und so weiter behandelt, welche Arbeitsbedingungen haben die Leute, die diese Sachen bearbeiten, verarbeiten, anbauen und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig und ist auch wichtig deshalb zu wissen, weil es natürlich ganz verschiedene Bio-Siegel gibt und die Bio-EU-Norm eigentlich sowas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner der ganzen Lebensmittel hat und dass es durchaus Höfe gibt in dieser Welt, auf dieser Welt, die überhaupt kein Bio-Siegel haben und die ihre Produkte, Tiere oder Kartoffeln, was auch immer, direkt auf dem Markt verkaufen und das wirklich in Familienheimarbeit anbauen, die sagen, na, ich will es doch essen und es ist doch mein Boden, es ist doch mein Land. Die quasi von ihren Anforderungen, ihren Ansprüchen her, von der Art mit dem Boden umzugehen, einen ganz anderen Ansatz haben und ein viel, viel höher qualitatives Lebensmittel herstellen, als das, was ein EU-Bio-Siegel leisten kann. Wie gesagt, besser als im Wald kriegst du es kaum und zugleich kannst du auch dort, kann Riesensauerei auf den Wäldern rund um den Wald passiert sein und du weißt auch nicht, was du isst. So, das ist ja das, was viele aus der Bio-Industrie beklagen, dass du überhaupt nichts dagegen machen kannst, dass um dich rum im Prinzip intensiv Landwirtschaft mit hohen chemischen Einträgen passiert und du deshalb dein eigenes Zeug downgegradet kriegst, obwohl du dir die größte Mühe gegeben hast. Wenn du denkst, das kriege ich ja mit meinem Pürierstab, nie klein. Erstens gibt es Pürierstäbe, die sind so groß, ich hatte mir neulich mal einen bestellt und nachdem ich gedacht habe, okay, so große Töpfe habe ich ja gar nicht, um den benutzen zu können und bevor ich mich verletze, habe ich den wieder zurückgeschickt und werde mir die mittlere Größe nehmen. Also der große war so groß wie irgendwie ein Schlagbohrhammer für die Baustelle und da denkst du dann auch, du kannst damit irgendwie Beton anrühren oder Wände einreißen. Der ist ein bisschen klein für das, was ich meistens vorhabe, der wird dann auch heiß. Ich habe auch letztes Jahr wirklich viele davon verschlissen. Aber um das Ganze zu vereinfachen, nicht nur Salat wird geschmeidig, indem man Öl drauf macht, sondern halt eben auch Pestoblätter. Das heißt, du kannst beim Pürieren gleich von Anfang an Olivenöl drauf tun. Olivenöl ist das, was ich am liebsten nehme. Andere Leute nehmen auch Sonnenblumenöl, andere nehmen Rapsöl. Rapsöl soll gar nicht so geil sein. Jetzt ist mein aktueller Ernährungspapst Anthony William und der sagt Rapsöl. Gar keine gute Sache, ich verlinke euch unten drunter nochmal warum. Aber wie gesagt, Olivenöl, mein Lieblingsöl. Also ihr seht jetzt hier, warum man das nicht am Anfang gleich salzen sollte, wie ich es oft schmerzhaft trotzdem gemacht habe. Weil das wird echt wenig, wenn das püriert ist. Das geht da hin, von der großen Schüssel in die kleine. Und jetzt kommen wir im Prinzip eigentlich auch schon an den Punkt, wo so das Abschmecken beginnt. Und ich bin da überhaupt niemand, der irgendwie immer wieder das gleiche Rezept wiederholt, sondern ich mache das einfach so lange, bis es mir schmeckt. Und beim Bärlauchpesto ist das so, auch wieder ein Grund, es ist jetzt wenig, ich habe hier ein paar Knoblauchzehen dazugelegt. Bärlauchpesto verliert, wenn das ein paar Tage, Wochen im Glas im Kühlschrank steht, verliert das ein wenig seine Schärfe, also diese ätherischen Öle. Das Aroma, weswegen ich, ich meine das ist jetzt der erste, den ich dieses Jahr mache, von daher wird er wahrscheinlich schneller gegessen, als man gucken kann. Deshalb mache ich jetzt hier nur eine Knoblauchzehe ran. Aber wenn man dann anfängt, das schon so ein bisschen satt zu kriegen, meistens ist das so, dass die ersten Kilos bei uns im Jahr einfach so weggehen. Dann esse ich einfach richtige Berge aufs Brot. Und hier, kurz zu einem Schub, wie ich meine Knoblauchzehen schäle. Oft zerdrückt man die so, aber dann sind sie ja zerdrückt, dann kann man es auch schälen, aber dann kleben die meistens noch dran. Wenn die Zehen aber gut reif sind und schon ein bisschen angetrocknet, dann haue ich die so im Glas rum und dann sind die wie durch ein Wunder geschält. Guck, hier, siehst du das? Geschält, zack, Schale weg. Noch, noch, zähl, fertig. So sieht das aus. Geil, oder? Kannst du nämlich auch was lernen. Das sind nämlich Bildungsfernsehen hier. Ja, und so ist das halt, immer wenn wir uns fragen, was können wir denn tun? Was können wir denn tun? Dann ist halt einfach schon auch die Entscheidung, immer wieder zu fragen, wo kommt das her, was ich esse, ist so wichtig. Also wir sind eine fünfköpfige Familie. Was bei uns an Nahrungsmitteln durchgeht, das geht im wahrsten Sinne des Wortes auf keine Kuhhaut. Und da kann man jedes Mal, ich weiß, es gibt Argumente dagegen, die sagen so, ja, das ist es nicht alleine, aber das ist das, wo es anfängt. Wo fängt es an? Dort, wo wir mit unserem Einkauf im Prinzip abstimmen. Da brauchen wir gar nicht wählen zu gehen. Da fangen wir schon im Supermarkt oder bei der Entscheidung zwischen Supermarkt und Markt an, mit den Füßen abzustimmen, wie man so schön sagt. Also dorthin zu gehen, wo die guten Sachen sind. Da entscheidet sich es einfach, in was für einer Welt wir leben wollen und wem wir die Macht geben und wem nicht. Das ist der Unterschied halt eben, dass Bio nicht nur Bio ist und dass ich genau gucken muss. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich mich für ein regionales Produkt von einem Bauer in der Region entscheide, der keinen Siegel hat, aber von dem ich weiß, wie er arbeitet, habe ich was Besseres getan, als wenn ich Bio kaufe. Wenn ich aber jetzt Industrie-Food kaufe im Supermarkt und entscheide mich da für Bio, habe ich mich auch für das Bessere entschieden. Es ist nicht immer einfach nur die eine Sache besser. Und wir haben die letzten 40, 50 Jahre vielleicht gelernt, es uns zu einfach zu machen. Nicht zu fragen, nicht zu fragen, nicht nachzufragen, wo kommen die Dinge her, warum müssen wir das so machen. Sondern wir sind einfach mitgetrottet und haben die Dinge einfach mitgemacht und haben nicht gefragt. Und bei so kleinen Sachen wie bei deinem Knoblauch, deinen Tomaten, deinen Kartoffeln fängt das an. Und wenn du dir das mal angewöhnt hast, zu fragen, warum die Dinge so sind, dann kannst du zum Beispiel auch deinen Energieversorger fragen, warum die Dinge so sind und den wechseln. Und gucken, ob du dir wirklich dieses Jahr ein Leasing-Auto holst oder ob du die Karre abkaufst und noch sechs Jahre fährst. Und dich da auch nicht kirre machen lässt, weil ein bezahlter Diesel, der zehn Jahre gefahren wird, immer noch ökologischer ist, als wenn du deinen drei Jahre alten Diesel jetzt verschrottest und dir dafür einen Tesla kaufst. So, es macht keinen Sinn, gute neue Dinge zu verschrotten, um andere teure neue Dinge zu kaufen. So, jetzt habe ich diese Knoblauchzehe auch endlich zermeditiert. Ich habe jetzt wirklich wieder Kechnius geröstet für den großen Eimer. Bärlauchblätter, das ist gar nicht nötig, die hebe ich jetzt auf. Ich habe noch im Rucksack genug Bärlauch, ich dachte, das reicht. Es ist wie immer so, das zermörsete Blatt ist einfach viel kleiner und weniger als das große, voluminöse. Jetzt können wir Salz nehmen, wie gesagt, ich bin, ich mag salzig. Vielleicht bin ich deshalb so ein aufbrausender Typ. Hefeflocken, die einen verpönen sie, weil sie ein Geschmacksverstärker sind. Ich mag sie gern, ob sie zum Beispiel verdarmen und alles wirklich sehr gesund sind, sei dahingestellt. Hier geht es mir darum, Bärlauch ist so gesund, da kann ruhig sowas dran sein. Und sie machen halt einfach einen geilen Geschmack in Verbindung mit den Cashewkernen. Den Bärlauch hat uns, Mutter Natur, der liebe Gott, wer immer es für dich ist, extra im Frühjahr geschickt, weil er extrem viele gute, komplexe Vitamine hat, Vitamin C, aber auch ganz viel ätherische Öle. Das merkt man an der Schärfe. So Rettich ähnlich oder halt Knoblauch ähnlich. Man sollte gerade jetzt zu der Zeit im Frühjahr ganz viel davon zu sich nehmen, weil er dem Darm hilft, sich zu reinigen. Das heißt, früher haben die Menschen ganz viel Bärlauch gegessen und das sollten sie auch heute noch. Weil früher haben sie dann im Laufe des Winters immer mehr Sachen zu sich genommen, die im Prinzip kritisch waren in ihrem frischen Zustand. Und wenn dann das letzte eingekochte, verwurmte, gegessen wurde, dann hatte man dann auch irgendwie auch Parasiten im Körper. Deshalb ist große Mengen Bärlauch zu sich nehmen nach dem Winter. Im Prinzip genau das Ding, um dich schön zu reinigen. Ist auch von der Frische her, es knallt einfach direkt. Das ist so scharf, das ist so würzig, ist ähnlich dem Knoblauch. Irgendwo bei Knoblauch und Schnittlauch. Ich finde halt einfach, dass der Bärlauch ein ganzes Stück komplexer schmeckt, als jeder andere Lauch. Fein einfach. Und gleichzeitig ist auch der Bärlauch was. Das kann ich zum Beispiel nicht über das ganze Jahr essen, weil der hängt mir irgendwann zum Hals raus. Ja, Knoblauch geht immer. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass dieses Reinigungszustand an den Geschmack gekoppelt ist. Und wenn der Körper irgendwann sagt, gut, ich habe von diesen komplexen Stoffen, von den Vitaminen, von der Reinigung, von den ätherischen Ölen genug, dann sagt bei mir der Appetit, geh mir weg mit Bärlauch. Das sind einfach die unterschiedlichen Komponenten und du kannst dir das im Prinzip selber abschmecken, ja, was Salz angeht. Du kannst statt Cashews, kannst du Walnüsse nehmen. Du kannst sogar Erdnüsse nehmen. Du kannst Sonnenblumenkerne nehmen. Haben wir auch schon gemacht. Die Cashew, die bringt halt so eine Süße rein. Das bringt halt mit dem Hefeflocken zusammen. Trinkt halt dieses, unten drunter, dieses Süße, dann dieses leichte Käsige in der Mischung mit den Cashews. Da kannst du dich irgendwie einfach selber rantasten. Was ist dann dein Lieblings Bärlauchpesto? Meins schmeckt mir immer sehr, sehr gut. Manchmal ist es auch so, es ist ja eine Saisonsache und das hält sich ja jetzt auch nicht ewig, aber im Mai hatten schon der eine oder andere Wanderer hier in der Besenwirtschaft das Vergnügen noch, von unseren letzten Vorräten an Bärlauchpesto zu kriegen. Die waren alle sehr begeistert. Ich bin ja im Grunde immer sehr begeistert von meinen eigenen Produkten, so auch von meinem Bärlauchpesto. Wenn es schnell ist, brauchst du ja nicht so viel Öl. Wenn du es länger aufheben willst, in Gläser füllst, kühlstellst, dann ist ein bisschen mehr Öl angeraten. Also je mehr, das siehst du ja zum Beispiel, wenn du getrocknete Tomaten in Öl einlegst, da brauchst du ja kein Konservierungsmittel. Und dann ist es aber angeraten, dass dann obendrauf so ein bisschen Öl steht. Dann halten sich die Dinge auch sehr lange. Sei großzügig mit dir, wenn dir dein erstes Bärlauchpesto nicht gleich so gelingt. Da draußen steht zur Zeit so viel, probierst es einfach am nächsten Tag nochmal. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Obendrauf schwimmt jetzt ein kleiner Olivenölfilm. Den habe ich künstlich hinzugefügt. Und jetzt guck dir doch mal die Farbe an, ja. Also wenn du siehst, woraus ist der Frühling gemacht? Der Frühling ist aus solchen Farben gemacht. Wenn jetzt in vier Wochen die Buchenblätter rausknallen, ja. Anders kann man das ja nicht sagen. Das ist ja, meistens ist es so, die Knospen werden dicker, passiert nichts. Dann kommt ein phöniges Wochenende und dann platzen die Knospen auf und auf einmal, bam, ist alles grün. Und das sieht dann immer so aus. Und der Bärlauch ist die Vorhut. Er ergibt die Farbe. Das ist so geil. Also man möchte ja im Prinzip Expressionist sein, ja. Und dann seinen Pinsel in dieses Zeug reintauchen und Bärlauchbilder malen. Das ist das, was man will, wenn der Frühling kommt. Leute, ich und der Bärlauch sagen Tschüss. Abonnier meinen Kanal.